Thomas Michaelis, Dachdeckermeister und Sachverständiger. Als Sachverständiger der Handwerkskammer Berlin biete ich Ihnen umfassende Beratung und Gutachten rund um Ihr Dach an. Darüber hinaus übernehme ich die Prüfung von Angeboten oder von Ausschreibungen, unterstütze Sie bei der Detail- und Ausführungsplanung und kümmere mich um die Ausführungsüberwachung bzw. Abnahme von Arbeiten. Kontaktieren Sie mich. Ich freue mich auf Ihre Anfrage und berate Sie gerne.